Sehr viel Glück hatte am späten Mittwochnachmittag der 72-jährige Lüdenscheider Fahrer eines VW Tiguan in Balve-Garbeck. Auf einem unbeschrankten Bahnübergang hatte er offensichtlich den herannahenden Zug der Regionalbahn 54 in Richtung Unna übersehen. Als er den Bahnübergang schon fast überquert hatte, erwischte der Zug das Heck des PKW und schleuderte ihn herum. Dabei prallte er zusätzlich mit der Fahrerseite gegen das Andreaskreuz. Seine 71-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Lüdenscheider selbst kam mit dem Schrecken davon. Für die neuen Fahrgäste der RB 54 wurde die Weiterfahrt mit anderen Verkehrsmitteln organisiert. Da der Lokführer selbst auch leicht verletzt wurde, übernahm ein Kollege den Zug, an dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Die Bahnstrecke wurde für eine Stunde komplett gesperrt. pattes. Day 16.000 Euro entstand. Towards an wäre, dass jogges germs. chau. ein止 wier metros.